Im Schnitt spritzt ein Landwirt seine Apfelplantagen über 20 Mal pro Jahr. Das hat Folgen. Die staatlichen Untersuchungsämter finden seit Jahren immer wieder zahlreiche Rückstände von Pestiziden in Obst und Gemüse. Dabei ist heimisches Obst genauso betroffen wie Importe aus dem Ausland. Regelmäßig kommt es sogar zu Überschreitungen der zulässigen Pestizidgrenzwerte. Im Vergleich der letzten Jahre gibt es eindeutige Tendenzen. Bei Deutschlands beliebtestem Obst, dem Apfel, fielen 2001 rund 2,5 Prozent aller Proben durch. 2007 waren es bereits 7,3 Prozent. Ganz ohne Rückstände waren 2001 noch 30 Prozent. 2007 nur noch 13 Prozent. Ein weiterer Trend, die Mehrfachbelastung mit Pestiziden. Auf Obst und Gemüse sind immer häufiger Rückstände von mehreren Spritzmitteln gleichzeitig zu finden. Manche Proben enthalten mehr als 15 Pestizide. Das für den gesundheitlichen Verbraucherschutz zuständige Bundesinstitut für Risikobewertung sagt dazu in einer Stellungnahme, Wenn die zulässigen Höchstgehalte für einzelne Wirkstoffe eingehalten werden, ist es praktisch ausgeschlossen, dass Wirkungen von Pflanzenschutzmittelrückständen in Lebensmitteln zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Verbraucher führen. Das klingt beruhigend. Sogar fast zu schön, um wahr zu sein, dachten sich Toxikologen von der Universität Oldenburg. Die Forscher wollten es genau wissen. Wie wirken Pestizide in Kombination? Ihre Idee? Pestizide einfach mischen und anschließend die Giftigkeit dieser Cocktails an menschlichen Leberzellen testen. Die Stoffe sind dabei so niedrig dosiert, dass sie unterhalb jedes Grenzwert bleiben. Die Forscher wissen mittlerweile, je mehr Pestizide in einem Cocktail sind, desto giftiger wirkt das Gemisch, auch wenn jede einzelne Substanz unterhalb der Grenzwerte bleibt. Um bei akut toxischen Pestiziden Grenzwerte für den Menschen festzulegen, rechnet man die Ergebnisse um. Und zwar auf ein Kind von 16 Kilogramm Körpergewicht, das rund 250 Gramm der belasteten Frucht verzehrt. Diese akute Referenzdosis ist ein Wert, der nicht überschritten werden darf, sonst drohen gesundheitliche Schäden. Doch die zugrunde liegenden Tierversuche lassen Kombinationswirkungen außer Acht. Und sie zeigen auch nicht, wie sich die Gifte beim Menschen im Einzelfall auswirken. Man müsste auch Kombinationswirkungen testen. Das ist bislang kaum der Fall oder ist auch nicht vorgesehen. Es wird alles nur vom Einzelwert abgeleitet und das ist nicht richtig.